Einleitung, leise, inspirierende Musik. Ein sanfter Zoom auf frisches Gemüse und Obst, dann wechselt das Bild zu einem sympathischen Host in einer hellen, freundlichen Küche. Host, guten Tag, liebe TikTok-Gemeinschaft! Heute widmen wir uns einem Thema, das uns alle angeht. Wie kann Ernährung während einer Krebsbehandlung unterstützen? Lasst uns gemeinsam entdecken, wie wichtig die richtige Nahrung jetzt ist. Schnitt zu, bunte Bilder von Obst, Gemüse, Müssen und Vollkornprodukten. Voice-Over, wusstet ihr, dass euer Körper in dieser herausfordernden Zeit besondere Nährstoffe braucht? Eine ausgewogene Ernährung kann nicht nur euer Immunsystem stärken, sondern auch dabei helfen, Nebenwirkungen zu bekämpfen und Energie zu tanken. Schnitt zu, der Host zeigt einfache, nahrhafte Rezepte. Host, lasst uns mit etwas Einfachem starten. Wie wäre es mit einem Smoothie aus Beeren, Spinat und einem Schuss Ingwer? Diese Power-Zutaten sind voller Antioxidantien, die euren Körper unterstützen. Bildwechsel, ein kurzer Clip, wie der Host einen leckeren und nahrhaften Smoothie zubereitet. Voice-Over, und vergesst nicht, Hydration ist der Schlüssel. Wasser, ungesüßte Tees und nährstoffreiche Brühen können Wunder wirken, besonders wenn der Appetit zu Wünschen übrig lässt. Schnitt zu, der Host mit einem Glas Wasser. Host, hört auf euren Körper und zwingt euch nicht zu essen, wenn ihr euch nicht danach fühlt. Kleine, nährstoffreiche Snacks über den Tag verteilt können manchmal besser sein als große Mahlzeiten. Geine, nähme, 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 nähme. Untertitelung des ZDF, 2020